Ah, Mieper da, dieser vollen Pfosten. Warte mal, es gibt Mieke und Junk. Oh, Mieper, Mieper, Mieper. Und Junk? Junk, das ist Mieper. Oh, danke, 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 danke. Ey, Leute, wow. Ah, Marius, danke, danke. Marius, du bist so in Spacken, Digga. Reichter, danke. Aber Jura, jetzt müssen wir beide Liegestütze machen. Nee, der hat einfach die Zahl kaputt gemacht, der Pfeifler. Jetzt kommt der hier zurück, Alter. Kann jetzt auch da bleiben müssen, Marius, Alter. Was ist denn das für ein Spiel, Alter? Dann können wir ja mal hier ausdiskutieren. Na, hier, dein NFS, Mieper. Mal mit ne Lisa zusammen. Ne? Und Lisa ist 15 Jahre gewesen. Und Mieper ist 26 Jahre gewesen. Was stimmt da nicht? Holt mal Mieper her. Genau. Lass uns mal doch Match gegen Mieper machen. Dann wollen wir mal gucken, wie ich sie jetzt auf Fleische. Ne? Was geht? Äh, ein Typ, der wohnt im Obdachlosenheim. Wir jagen ihn, weil er so eine Mist hier veranstaltet, dass er versucht, mit Mädels zusammen zu sein im Internat. Äh, das sind einfach Opfer, diese kleine Mädels für ihn. Er macht sich an 15-jährige Mädels ran. Und das ist ein No-Go in meinen Augen. Für sowas kann ich ihn eigentlich Arme brechen, wenn man so ehrlich sagen kann. Und, äh, ja, die tun hier einen auf cool, wollen mein Club zerstören, aber ich lasse hier nicht unterkriegen. Und drohen zu mir nach Hause zu kommen, mich zu besuchen. Ja, sonst soll er mal machen, ne? Ja, aber mal sehen. Ne? Aber was ist, wenn das kleines Mädchen anfängt, um die Bilder zu schenken von sich? Oder er sich, seine Bilder von sich. Er hatte schon an Nina NRW Bilder geschickt aus dem Spiel. Von seinem Ding. Ich kann nur so sein, ne? Sei so eine Flanke durch Telefon. Die veröffentlichen Nummern. Alles. Ich will nicht, ich vertraue mich niemals. Komm, Leute, alle auf den Bildschirm tippen. Komm, 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 komm. Du musst Legenschütze gleich machen. Ich hab ne sehr gute Community. Wenn du gleich verlierst, muss dein Kollege dich an der Zunge ziehen, Digga. An der Zunge ziehen? Ja. Das laberst du, mach mal lieber. Warte. Lass uns mal doch diese Spielregel machen. Ich bin doch nicht schwul, komm. Ich bin doch nicht schwul. Was hat das mit schwul zu tun? Dann hab ich dir gesagt, du sollst deine Lümmel anfassen, oder was? Er soll dir nur einfach kräftig an der Zunge ziehen, damit du nicht Quatsch machst, Digga. Alle Mittagern. Ja. Alle Mittagern. Alle Mittagern. Was machst du denn? Ha, 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 ha. Du Komiker, Alter. Du schaffst doch nicht mal zehn Liegestütze da hinten, Digga. Ja. 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 Wetten? Ich wette, mit dir, du schaffst keine zehn Liegestütze, aber richtig. Jäger? Magst du Jäger? Kann der überhaupt. Kannst du überhaupt? Ja. 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 Komm, du verlierst, guck mal, siebzehn. Gegen Kinder. Ich erzähl nicht schon dir gut. Das ist zu teuer. Liegestütze. Schade, oh, warum tut das weh? Oh nein, oh, fuck, bro. Man, da wird geschwindet. Marius, ja, das fällt klar. Liegestütze, jemma. Liegestütze, ja, da kommt Liegestütze. Hab ich gesagt, dass ich mach, oder was? Du bist unter meinen Eieren, weißt du das? Mein Hund bist du. Ey, wo hast du deine Eier verloren, Digga? Los. Sind das denn Kinder? Ey, Digga. Ey, ey, ey. Nicht auflegen, nicht auflegen. Guck mal, guck mal in die Kamera rein. Komm mal her. Ja, Jalla, zeig. Du mir mal einen Gefallen, rasier mal deinen Milchspat an. Wie redest du du? Du, du bist unter meinen Eieren. Hahaha. Digga, was hat denn das, was? Was hat denn diese Kinder? Digga, was sind das für freche Kinder, Alter? Was seid ihr für Kinder? Leute werden die Kiste bekommen, komm, Jalla. Ich 20 Koin. Hä? What life 20 Koins bekommen. Digga, was sind das für freche Kinder, Alter? Hä? Ja, sein Kollege hat bestimmt gespendet einfach. Flach pfeifen, Digga. Ich bin hier. Ich hab nicht mal meine Kinder. Durch die Zeit, Digga. Ja, komm, ey, Muriel. Guck mal, wie der lacht, Alter. Ich? Hä? Noch nicht? Du musst unter meinen Eieren. Hey, nee, nee. Weißt du was ist unter der Ehre? Wenn ein Kollege steht. Ah, Digga. Das nehmen die Ehre-Kinis. Hahaha. Digga, was ist denn das? Die Kini stehen und spinnen sich selbst gegenseitig. Abolatikai. Wenn ich den wieder kriege. Ehrenlose Kinder. Ehrenlose Kinder auch noch. Du und so. Mein Army. Für mich auch nicht. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht, aber... Mein... Hahaha. Ich kann mir schon denken, was du gemacht hast. Hahaha. Aber ich verhalte schwäch. Nur dann. Was ist das? Ah? Mich irritiert dein Bild. Bist du mit jemandem zusammen? Ja bitte? Wenn die schon hier so rausgehen. Hier, frag wie alt du bist. Jura, deine Freundin und sowas. Hahaha. Meine Leute schreiben das. Willst du vergehen? Willst du das oder deine Freunde das wissen? Ne, die fragen. Was ist das? Was ist das? Hahaha. Hahaha. Haha, Wann, Digg. Zu geil. Tchak. Hahahaha. Ja, sowas, Marius, genau die, genau Frauen brauche ich jetzt hier im Live drinnen, digga, ne, so runterkriegen, digga, ne, so ein bisschen ausfragen, ausfragen, ausfragen und dann bam, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, Leute, ihr könnt auch reinschreiben, was ich die fragen soll, ne, das ist ja natürlich, wir spielen einfach mit, alle zusammen, ne, wenn die da drauf eingehen, digga, oh, digga, das klappt doch wunderbar, ey. Das ist geil gewesen, digga, so richtig aufmucken, einmal, um zu gucken, ob ihr das jetzt, äh, gut durchgeht, oder nicht? Ja, das kann jetzt was werden mit dir. So, einmal richtig den Arsch aufreißen, ich würde mal gerne echt Mieper hier drinnen haben, digga, würde Mieper hier den Arsch aufreißen, okay, ich will jetzt so schön. Ich hätte den Kugelka noch wiedergegeben. So, Till, dann hau mal ab. Ja. Äh, und, äh, schreibt mal rein, soll mal ein paar BR-Leute noch reinkommen, Leute. Wird schon weg. Na. Willst du spiel dat ja? Na. So, den nächsten rein. Hoffen wir mal, kommt ein Mädel rein. Ein bisschen flachsen, flachsen. Wird schon weg. Wird schon weg. Wird schon weg.